Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Geometry Dash. In der letzten Folge sind wir ja so ein bisschen vorangekommen hier am Level X Step. Heute probieren wir es weiter. Mal gucken. Die Folgen nehme ich direkt aneinander auf, von daher sollten wir eigentlich ein bisschen Progress machen können. Aber wir gucken mal. Okay, auf die Dinger darfst du nicht raufkommen. Das ist ja Instant Cancer. Nein, na, kacke dumm. Aber das war ein guter erster Versuch eben gerade. Daran lässt sich aufbauen. Wenn ich denn danach auch weiter springe. Und dann läggerst du nicht mal weg zu kommen. Ich bin gerne zwei. Bis dann nach oben. Bis dann. Ja. Und dann geht's. Fuck, 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 fuck. Oh, ich bin Trottel. Roll, what the fuck? Wieso habe ich das eben gerade so problemlos geschafft? What the fuck? Oh, ich bin Trottel. Ich bin Trottel. Oh, shit. Whoops. Oh, fuck, das wird zu früh. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist sinnvoller. Erst mal im Practice Mode da durchgehen, sodass man Bescheid weiß, was einen wo erwartet. Das machen wir jetzt mal. Damit wir das Level halt erstmal kennenlernen können. Weil sonst ist es ja jetzt so, ich komme in einen neuen Bereich und kriege da halt erstmal voll aufs Maul. gut. Okay. voll in der fliegenden Passage weiß ich nicht, was ich davon halten soll. gut. So, dann kommt jetzt hier. Guter save point. Guter save point. Guter save point. Ich glaube, wir machen es doch normal weiter. Das hat noch am meisten Sinn, denke ich. Ich dachte, das wäre ein Versuch wert, aber das stellt mich vor mehr Probleme als das normale Probieren. 2 Ja, team. Untertitelung des ZDF, 2020 Man muss doch so aufmerksam sein, ey, das ist der Wahnsinn Aufmerksam und so, ne? Merke ich selber Und noch Ups, das war ein bisschen früh gesprungen Untertitelung des ZDF, 2020 Was mach ich denn da? Ups, das war ein bisschen früh gesprungen des ZDF, 2020 Ah, oh Lucky gerettet, würde ich behaupten Ist das Abfuck Dieser Gravity Change Dieser Instant Gravity Change Komm, einen Versuch machen wir noch Und dann haben wir auch die 50 voll Das war dumm Geometry Dash wieder Haut rein Leute, bis die Tage Ciao, ciao